Yo Leute, was geht ab? Max Mourinho am Start mit Party Part und Timb, und heute spielen wir Mensch, tasere mich nicht. Tschüss Digga. Eigentlich ganz easy. Wir zocken Mensch, äckere dich nicht. Eigentlich müsste das jeder von euch kennen. Und ja, wenn wir einen rauskicken, oder wenn er mich jetzt rauskicken sollte, darf er mich tasern. Und wenn wir in unser Haus kommen, sag ich mal, wenn ich einmal rumgekommen bin und im Haus bin, dann darf ich beigetasern. Ja, das waren die Regeln. Los geht's. Ja, Tim fängt jetzt an zu würfeln. Okay. Was wird der Faden nicht so lange dauern? 2.000 Jahre später. 1, 2, 3, 4, 5, na, ich mach dir einmal an, Digga. Aber mach, verpiss dich, mach nicht so. Drück schon vorher. Ja, drück vor. 3 Sekunden, Digga. Scheiße. Verpiss dich, ich glaub schon, Alter. Digga, gib mir die Pfanne. Du bist alles, Junge. Du sollst, Junge. Ich mach mir Rett und Vorball, Junge. Nee, Alter, du sollst, Junge. Du, Jungs, 1, 2, 3. Jetzt werden zwei, Alter. Ja, halt sein, Alter. Ich will es hinter mir. Mach bei mir hier oben, Alter. Ja, mach doch, du Spasti. Okay. Was machst du denn? Mach mal, mach mal. Mach mal, mach mal. Digga. Der war schon zweimal, Junge. Der war da hinten noch. Der war da hinten noch. Der war da hinten noch. Ey, jetzt mal oben, du noch bewege. Verpiss dich mal. Mach jetzt. Mach oben bei jedem. Ey, Arme sind voll, das ist am wenigsten schmerzhaft. Ey, neue Regel. Hier oben, Digga. Ich mach einmal, verbiss dich oben. Scheiße. Wo die Haut sind. Ich mach es, Alter. Max, lass es hier oben jetzt nur noch mal. Verpiss dich mal. Nee, ich bin hier. Ah! Scheiße, Alter. Hier tut mehr mit. Ey, das hier ist, Digga. Seid Hang CIAFu-Digga! Mach keine Scheiße, ich wusste hier, Digga. Alle Ist schon wehtun, Digga. Jeine Oberarm, du darfst nicht mal wehtun, Digga. Das ist total ECLich. Digga, let's das sind? Fuck dein Mann. Ja? Bitte nachmachen, den. Ja? 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 Geht nicht? Nein, ich hab noch nicht... Irgendwann treibt eine... Ah, Digga! Ach, wie tut das denn weh, Digga! Ah, ha, 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 ha! Der Verbar, Digga! Mich nicht, oder? Oh, was war das denn? Was hast du schon gemacht? Hier rein! Lass keinen Scheiß an! Den auch, als er den... Eklig sowas macht! Schau auf, Alter! Basti, er ist da! Fuck! Wie? Zehn Schweiße können. Wie? Wie? Fünf! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Ja, Digga, werpiss dich! Ah! So, warum? Ich bin rein, Digga! Ich hab die Fassi gewonnen! Ich hab die Fassi gewonnen! Ich hab die Fassi gewonnen! Hör auf, ey! Lass dich Gott rum cool machen! Was jetzt? Balla! Nichts, ich kann nicht! Digga! Ah! Wieso machst du ein paar Male? Richtig! Gandon, Alter! Max Moreno, Alter! Gandon, ey! Flascher! Verpiss dich! Ich hab deine Schnauz, Junge! Schnell hinter uns! Halt's ein, Alter! Ah! Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Der hat einfach nur so drangehalten! So schräg oder wie? Nein, sag ich nicht, Digga! Mach mal nein, Zoller! Ach! Das ist... Nein! Das ist... Witzig, Alter! Ich will da oben, Digga! Verpiss dich! Da oben machst du auch nein, Digga! Nein! Wenn dann nur eine Hand! Wenn dann ist nur eine Hand gefickt, Mann! Jetzt, warte! Mach mal auf Handfläche! Mach mal hier weiter! Nein! Ich will einfach ganz normal... Abo rennen! Boah! Du hast das Geräusch gehört, Digga! Oh Gott, Patrick! Du bist immer dicht gekommen, Digga! Das ist richtig übel! Na, wieso nehme ich dich denn, Digga? Wieso nehme ich dich denn? Ich bin richtig... Ah, Digga, warte! Nein, warte! Mach hier oben, oben! Nein, mach hier, Digga! Du weißt, hab ich auch bei dir genug gemacht. Aber mach nicht lange, Digga! Ich auch bei euch! Mach also nicht! Boah! Boah! Mach nicht, mach nicht! Mach, 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 mach! Ah, Digga! Ah, Digga! Ich schwirr! Ich schwirr! Ich schwirr! Ich schwirr! Ich schwirr! Das ist verbrannt, Digga! Das ist verbrannt! In dem Moment, wo man drückt, zieht man weg! 1, 2, 3, 4, 5... Wie, Digga! Wieso? Wieso, Digga! Ich wurde nur einmal getasert! Ja, aber diesmal nicht mit wegziehen! Richtig! Ah, Digga! Das war doch auch fein, Digga! Tschüssi, Anna! Genau so, Alter! Verpiss dich! Hoppa! Wie schwarz, wenn man echt getasert wird! Wenn man getasert wird, hat man Angst, Digga! Ja, komm, halt sein jetzt! Verpiss dich da unten! Mach genau... Nicht hier, Digga! Das tut richtig weh! Mach genau wie viel da! Mach jetzt! Das ist schnell! Du spaß, Digga! Du kleiner... Meine... Die hält das nicht mehr aus, halt. Ich... Andere haben, oder, Digga? Nein, Mann! Wie geht das? Nein, praktisch! 1, 2, 3... Oh Gott, verpiss dich, Alter! Mal den zuerst! Mal den zuerst! Digga, mach keine Spaß! Jetzt mal schnell! Das tut von jedes... Jetzt kannst du wieder nach... Ah, verpiss dich, Digga! 1, 3, 3, 4... Verpiss dich, Alter! Ich will nicht! Oh Gott, danke! Tschüss, Digga! Verpiss dich, Digga! Er hat die Schielle gekupst, Digga, Alter! Du musst nur zum Knabern! Aber doch... Ja, nicht schau dir wieder diese Blasen! Scheiß drauf! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Der Hinn hat doch nicht am Hals so tüchtig gemacht. Ah, den zu. Das hast du reingehört. Halt den Risse, Mann. Ich hab dich berührt. Ja, pack den *** weg, Alter. Jo, Leute, das war's. Ich hab gewonnen. Hey, mach nicht, mach nicht. Verpiss dich, Alter. Jo, Leute, das war's mit der Challenge. Ich hab gewonnen. Die beiden haben verkackt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, abonniert meinen Channel. Ich verlinke die beiden Jungs unten. Den Instagram-Account. Haut rein. Peace.